Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gab es einen Trauerfall in unserer Familie, weshalb, boah, meine Knie fangen voll an zu zittern, weshalb ich eine Zeit lang auch nicht so aktiv auf Instagram war oder generell Social Media. Das war ungefähr vor einem Monat und ja, genau. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Maya ging es die ganze Zeit schon nicht so gut, seit Juni. Juni wurde sie das erste Mal operiert, weil sie Krebshumor am Bauch hatte und die wurden dann weg operiert. Und dann wurde sie das zweite Mal operiert, weil die Krebshumor wiederkam und immer dieser gleiche Prozess. Und wir konnten sie jetzt mit zwölf Jahren nicht nochmal operieren, weil es viel zu schwer für ihr Herz gewesen wäre. Und ja, auf jeden Fall ist sie jetzt im Himmel und ich glaube, dass es ihr dort auch besser geht, weil die letzten Tage auch einfach kein schönes Hundeleben mehr waren, weil sie hatte so einen riesen Krebshumor halt am Bauch und konnte gar nicht mehr laufen. und generell, sie lag nur noch in der Ecke und sowas und ja. Naja, auf jeden Fall, boah, es gibt so traurige News hier in diesem Vlog und jetzt auch was richtig Schönes, worum es sich in diesem Video auch handeln soll. Boah, mein Herz, mein Herz, das werde ich dir jetzt sehen. Sind wir aufgeregt, Claudi? Sind wir aufgeregt? Oh, guck mal, 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 guck mal. Wir haben alles wirklich mit ihr erlebt und so weiter und so fort. Und ja, jetzt holen wir kleinen Eddie ab. Das ist Mr. Eddie. Unser Baby. Unser Baby. Und die sind alle so süß und machen gott. Ich kann mal nur aufklären, guck mal, guck mal, wie sie ist. Oh, oh, oh. Ui, 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 ui. So, älger Hübschi. Ui, ui, ui. Ja, heute kam ich mir gerade ein bisschen dünner auf. Ich hab mir das auch nie nochmal aufgestellt, aber... Du bist so ein süßes Baby. Oh nein. Oh, Iber-Sind-Wum. Eddie, 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 bist du, Eddie, bist du? Eddie! Es ist so unsicher! Alles gut? Komm her! Das ist der Vater und das da hinten ist so süß und die konnten hier so richtig viel toben. Und die beiden sind so süß und die Eltern sind so süß. Oh mein Gott, die ist so süß. Guck mal, die ist so süß. Gucken, wen wir im Auto haben! Hallo! Mr. Eddy! Wer ist denn jetzt zu Hause? Ach du Kacke! Die ist so süß, wie die daneben steht. Ich weiß gar nicht. Nein! Eine Maus! Kipp! Kipp! Komm her! Kipp! Du bist so süß und mein Haus. Kipp! 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 Kipp-chip! Kipp- Waltz Heeeeaiiii! Kipp! Kipp! Hey! Hundebegegnung? Sehr süß. Wir sind hier übrigens auf so einem Hundegelände. Ich bin gerade in meinem Zimmer. Hier ist klein Eddy. Eddy, guck mal hier. Oh nein, er will mich immer abschlecken. Okay, reicht. Ich wollte euch nur kurz nochmal Eddy zeigen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen mitnehmen. Und ja, say hello to Mr. Eddy. Ansonsten könnt ihr gerne den Kanal hier abonnieren. Ich bin gerade aus der Schule zurückgekommen. Eddy ist jetzt schon knapp zwei Wochen bei uns. Also ja, tschüss.